In unserem heutigen Video zeigen wir euch ein paar Tricks, die ihr bei der Bearbeitung eurer Videos in Filmora 12 anwenden könnt, um nochmal deutlich mehr Zeit bei der Videobearbeitung zu sparen. Also, bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Bearbeitung mit Filmora 12 stärken. Wir zeigen euch in diesem Video ein paar Tricks, die ihr bei der Bearbeitung mit Filmora 12 anwenden könnt, damit ihr nochmal deutlich mehr Zeit sparen könnt. Ihr kennt das vielleicht von euch, ihr habt ein fertiges Video, habt aber davon nicht mehr die einzelnen Videosequenzen. Ihr möchtet das Video dennoch aber auseinanderschneiden. Wie mache ich das? Ganz einfach mit der Szenenerkennung in Filmora 12. Fügt euer Video in Filmora 12 ganz einfach hier zu den Projektmedien hinzu und klickt dann rechtsklick auf dieses Video drauf. Dann findet ihr hier den Punkt Szenenerkennung. Den klicken wir einmal an und dann beginnt auch schon die Analyse von unserem Video. Es werden jetzt die einzelnen Szenen analysiert und hier auch auf der rechten Seite aufgelistet. Wenn euer Video dann anschließend analysiert wurde, habt ihr nun hier jede einzelne Szene, die ihr hier auswählen könnt. Ihr seht auch hier an der Seite zum einen natürlich die Dauer der Szene, also wo die Szene beginnt und wie lange diese auch von der Dauer beträgt. Ihr könnt dann auch diese einzelnen Szenen zum Beispiel auswählen und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wollen, wir möchten diese ganzen Szenen, wo ich jetzt hier zu sehen bin, nicht haben, sondern nur die Bearbeitungsszenen von diesem Video, dann gehen wir einfach da drauf und gehen dann hier auf den Papierkorb. So können wir nämlich diese einzelnen Szenen ganz einfach löschen. Diese Szenen werden wir jetzt einfach mal noch da lassen. Hier ist wieder eine Szene von mir, die werde ich wieder löschen und hier ebenfalls, ebenfalls auch hier das Ende. Und nun haben wir jetzt alle Szenen, wo ich jetzt eben nicht mehr zu sehen bin und wenn wir das dann soweit getan haben, können wir dann einfach hier diese Szenen zur Zeitleiste ganz einfach hinzufügen. Und schon seht ihr, ist keine einzelne Szene mehr dabei, wo ich zu sehen bin. Ihr habt dann also hier eine neue Version von eurem Videomaterial, an dem ihr jetzt Bearbeitungen vornehmen könnt. Und wenn ihr dann die einzelnen Szenen habt, könnt ihr daran natürlich noch weiterarbeiten. Hier ein paar Beispiele. Wir können nun auch Szenen untereinander tauschen. Dafür legen wir diese Szene hier eine Videospur höher ab. Die andere ziehen wir dann einfach in diese Lücke rein und die setzen wir hier wieder ab. Nun haben wir diese beiden Szenen ganz einfach getauscht und haben dabei enorm viel Zeit gespart. Wenn ihr nun aber ein Video habt, wo auch Musik vorkommt, ist es wichtig, dass ihr diese Musik anpasst. Sofern wir also jetzt hier diesen mittleren Bereich entfernen, ist es ganz wichtig, dass wir eben auch die restliche Musik hier bei diesen Videos entfernen und dann eben diese Videos hier ranziehen, damit die Lücke geschlossen wird. Hier seht ihr, endet jetzt das Audio, aber an dieser Stelle ziehen wir dieses Audio einfach länger, denn nur so passt das auch zum Rest des Videos. Ansonsten hätten wir nämlich hier einen Cut und das würde man an dieser Stelle mitbekommen, aber so bekommt man es eben nicht mit, denn die Musik läuft dann weiter fort. Ihr habt aber nun, da ihr diese einzelnen Szenen jetzt hier separiert habt, auch die Möglichkeit zum Beispiel von diesem Format und diesem Format einfach dieses Video hier anzupassen. Denn wir haben hier diese schwarzen Streifen. Da können wir dann Doppelklick drauf gehen und können das Video einfach etwas vergrößern, sodass es nun auch vom Format besser zu diesem Video passt. Also auch das ist hier eben eine Möglichkeit der Szenenerkennung, wie ihr es anwenden könnt, damit ihr eben auch diese Videos besser zueinander anpassen könnt. Ebenfalls könnt ihr diesen einzelnen Szenen aber auch separate Effekte hinzufügen, sodass diese nicht gleich auf das ganze Video angewandt werden. Das waren jetzt allerdings nur ein paar Beispiele, wie ihr allerdings schon sehen könnt, könnt ihr bei der automatischen Szenenerkennung deutlich Zeit bei der Videobearbeitung sparen. Und das waren an dieser Stelle nochmal ein paar Tipps von uns, wie ihr eure Videos in Film World 12 nochmal schneller bearbeiten könnt. Gerade also, wenn ihr diese Szenenerkennung aktiviert, könnt ihr eben speziell ausbilden, welche Szenen ihr verwenden wollt und andere direkt gleich rauslöschen. Das erspart euch eine Menge Zeit und am Ende könnt ihr da eben noch weitere Bearbeitungen dran vornehmen. Schreibt uns doch mal einen Kommentar, ob ihr bereits die Szenenerkennung in Film World 12 schon kanntet. Und vielleicht habt ihr auch noch weitere Tipps, die ihr mit den Zuschauern hier von diesem Video teilen wollt. Von daher hinterlasst einen Kommentar, wie ihr eure Videos schneller bearbeitet. Ansonsten soll es das von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.